Sie sind hier, 17. Oktober 2018, 18.48 Uhr, von Sport1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Khabib Nurmagomedov, L, will der UFC treu bleiben, Urheberrecht, Getty Images, Khabib Nurmagomedov hat mit seinem Ausstieg aus der UFC gedroht. Doch nach einem Gespräch mit dem UFC-Boss denkt er offenbar wieder um. Sport1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-DK und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär Mehr Mehr-DK und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär